Mit Keramik der Leipziger Gruppe bzw. Keramik des Leipziger Kreises wird in der archäologischen Forschung die slawische Keramik des Früh- und Hochmittelalters im südlichen, Mittelelbsale-Gebiet bezeichnet. Das weitere Verbreitungsgebiet umfasst den Raum vom nördlichen Thüringer Becken bis zur Mulde. Der Begriff Leipziger Gruppe wurde 1978 von dem Archäologen Hans-Jürgen Brachmann geprägt, der für die älter- und mittelslawische Zeit einzelne Phasen innerhalb der Leipziger Gruppe unterschied. Etwa zur gleichen Zeit hatte Heinz-Joachim Vogt eine Gliederung in drei bzw. vier eigenständige Keramikgruppen vorgeschlagen, die er nach den eponymen Fundorten Rüssen, Röter und Groet sowie Kuren benannte. Diese können einem gemeinsamen Leipziger Kreis zugerechnet werden. Forschungsgeschichte Die ersten Ansätze wissenschaftlicher Beschäftigung mit frühmittelalterlicher Keramik im ILB-Sahle-Gebiet gehen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Während im Sahle-Gebiet Friedrich Klopfleisch und ihm folgend Alfred Götze entsprechende Funde als slawisch erkannten, wurden auch in anderen Gebieten solche erstmals beschrieben und abgebildet, so zum Beispiel im Gebiet um Rochlitz an der Mulde durch Clemens Pfau. Aufgrund unzureichender Grabungsmethodik und der Tatsache, dass es sich hauptsächlich um Lesefunde handelte, konnten diese Forscher noch zu keiner zeitlichen Differenzierung gelangen. So unterschied beispielsweise Pfau nur zwischen wendische Gefäßtrümmer und Scherben von Gefäßen, welche augenscheinlich in die frühdeutsche Zeit gehören. Einen ersten Aufschwung erlebte die Forschung in den 1920er und 1930er Jahren. In mehreren Arbeiten versuchte Christoph Albrecht, die slawische und deutsche Keramik des Mittelalters im Saale-Gebiet und in Thüringen zu gliedern. 1937 erschien eine Monografie von Heinz H. Nord zur slawischen Keramik zwischen Elbe und Oder und im folgenden Jahr die Jena-Dissertation von Erwin Schirmer, deren Ergebnisse z.t. bis heute Gültigkeit besitzen. In verschiedenen Aufsätzen beschäftigten sich auch Paul Grimm, Johannes Kretschmar und Kurt Tackenberg mit der frühmittelalterlichen Keramik in Nordwestsachsen und stellten verschiedene Fundkomplexe vor. Im Jahr 1949 begann Herbert Küas in Leipzig mit Bauuntersuchungen in der kriegszerstörten Matthäikkirche, zu denen auch archäologische Ausgrabungen gehörten. Diese wurden 1950 bis 1956 systematisch auf dem umliegenden Gelände fortgesetzt. Infolge der Grabungen konnte Lisedora Langhammer erstmals in Sachsen eine Keramikstratigraphie für das 7., 8. bis in das 13. Jahrhundert erarbeiten. Die Resultate wurden 1957 in der unpublizierten Dissertation von Langhammer sowie in kurzen Berichten 1960 und 1961 vorgelegt. Sie unterschied dabei fünf Schichten mit zugehöriger Keramik, die mit den Buchstaben A bis E benannt wurden. Grundlage der absolut chronologischen Einordnung waren schriftliche Quellen wie die Nennung einer UPS Leipzig für das Jahr 1015 bei Tietmar von Merseburg und daran anknüpfende allgemeine Überlegungen zur historischen Entwicklung des Raumes. Diese lassen sich jedoch nicht direkt auf die Befunde beziehen. Auch sind die diesbezüglichen Angaben Langhammers in einigen Fällen widersprüchlich und heute zum Teil überholt. Für das Gebiet an der Elbe waren vor allem die Grabungen von Werner Koblenz auf dem Burg Berg Meißen zwischen 1958 und 1964 und den umliegenden Burgwellen, zum Beispiel in Zehren, von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Grabungen, die vor allem in der 929 30. gegründeten Burg Meißen durch die dichte historische Überlieferung und gute Holzerhaltung mit mehreren Bauhorizonten, eine bessere chronologische Gliederung ermöglichten, wurden jedoch zunächst nur in mehreren Vorberichten veröffentlicht. Wesentliche Bedeutung für die Gliederung mittelalterlicher Keramik in Westsachsen haben die Grabungen auf der Wiebrechtsburg-Gruitz, die zwischen 1959 und 1967 68. vom Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden unter Leitung von Heinz-Joachim Vogt durchgeführt worden sind. Dem Ausgräber gelang es dabei, über sechs Meter starke Schichtenkomplexe stratigraphisch zu untersuchen und fünf unmittelbar aufeinanderfolgende Burgperioden vom 10. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts zu unterscheiden, aufgrund von Schriftquellen des 11. und 12. Jahrhunderts, die für die Wiebrechtsburg in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, und weiterreichenden historischen Überlegungen konnten bisherige archäologische Datierungen überprüft und für zahlreiche Befunde und Funde erstmals ein genauerer Datierungshinweis gewonnen werden. Für den Raum der oberen und mittleren Saale und das gesamte östliche Thüringen konnte Heinrich Rempel 1959 bis heute weitgehend gültige Aussagen zu einer chronologischen und ethnischen Einordnung früh- und hochmittelalterlicher Keramik treffen. Er unterteilte die slawische Keramik nach typologischen Gesichtspunkten in vier Gruppen. Problematisch ist jedoch die Heranziehung historischer Ereignisse zur Datierung. So wurde die Gruppe je vor den ältesten urkundlichen Nachweis der Saale als Grenze mit den Slawen datiert und dem Zeitraum vor dem Jahr 750 n. Chr. zugewiesen. Im Gebiet der unteren Saale liegt eine bei den Ausgrabungen von 1961 bis 1967 im Naumburger Dom aufgrund von Überlegungen zur Baugeschichte im Zusammenhang mit den historisch überlieferten Bautarten erarbeitete Keramikstratigraphie vor. Die allerdings erst im frühen 11. Jahrhundert einsetzt. Ausgehend von den Keramikstratigraphien in Groitz und Leipzig-Mattei-Kirchhof sowie den Ergebnissen weiterer kleinerer Grabungen und Lesefunden, erarbeitete Heinz-Joachim Vogt 1968 eine Gliederung der slawischen Keramik Westsachsens in drei Gruppen bzw. Zeithorizonte und führte für die älteste Keramik die Bezeichnung Russener Gruppe ein. Im selben Jahr gelang es Vogt basierend auf einem Befund in Korensales, für das Elsterpleisse-Mulde-Gebiet eine spätslawische Keramikgruppe des 11. bis 13. Jahrhunderts auszusondern, die als Korener Gruppe bezeichnet wurde. Ebenfalls 1968 erfolgte eine Bearbeitung der slawischen Funde und Befunde im Mittelelbsale-Gebiet durch Hans-Jürgen Brachmann. Er konnte für die älter und mittelslawische Zeit zwei verschiedene keramische Gruppen unterscheiden, die sich in ihrer Verbreitung weitgehend ausschließen und nach ihren Farben zunächst als braune und graue Keramik bezeichnet wurden. Zehn Jahre später ersetzte er in seiner Arbeit zu den slawischen Stämmen an Elbe und Sale diese Begriffe durch Ytzer Gruppe für die eher braune Keramik im nördlichen Elbe-Sale-Gebiet, an den Mündungen der Schwarzen Elster, Mulde und Sale sowie weiter Elb-Abwärts bzw. Leipziger Gruppe für die graue Keramik im Gebiet um Leipzig und im weiteren Raum vom nördlichen Thüringer Becken bis zur Mulde. In der 1985 erschienenen vierten Lieferung des Korpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der DDR wurde das in diese Zeit zu datierende Material von den verschiedenen Fundstellen aus dem Gebiet des heutigen Sachsens weitgehend vollständig vorgelegt. Die kurz vor dem Manuskriptabschluss stehende fünfte Lieferung, die die Funde aus dem heutigen Thüringen und dem südlichen Sachsen-Anhalt umfassen sollte, gelangte nicht mehr in den Druck. 1987 erfolgte die monografische Vorlage der Befunde und Funde der wie Prechtsburg Groitz durch Vogt, die auch eine erneute Behandlung der chronologischen und kulturellen Gliederung der Keramik in Nordwestsachsen zum Inhalt hatte. Nachdem er für die bis dahin nur Gruppe 2 benannte Keramik bereits 1973 die Benennung nach Röther vorgeschlagen hatte, wurde Groitz nun namengebend für die Keramikgruppe 3. Die Vorlage der Grabungsergebnisse durch Vogt genügt jedoch heutigen Ansprüchen nicht. Dies gilt besonders für die älteste Keramik von der wie Prechtsburg aus den Schichten E. 2, die nicht getrennt werden konnte und nur als sicher vor 1080 zu bestimmen ist. Anfang und Ende von Burgi 2 bleiben daher diskutabel. Seit dieser Zeit sind für Nordwestsachsen und die angrenzenden Gebiete keine weiteren Stratigraphien vorgelegt worden. Die wesentliche neue Aussagen zur Keramikchronologie des 7., 8. bis 11. Jahrhunderts ermöglichen würden. Den Stand der Erforschung der slawischen Keramik resümierte Brachmann in einem Aufsatz von 1994 und zog dabei ein eher ernüchterndes Fazit, wonach die absolute Datierung der Keramikentwicklung der slawischen Stämme des Mittelelbsale-Gebietes nach wie vor auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Auch in der zweibändigen Monografie von Wolfgang Timpel 1990 und 1995 zur früh- und hochmittelalterlichen Keramik im westlichen Thüringen ergaben, sich für die Datierung der Keramik der Leipziger Gruppe bisher keine über unsere derzeitigen Kenntnisse hinausgehenden neuen absolut chronologischen Ansatzpunkte. Einige neue naturwissenschaftliche Datierungen sind im zusammenfassenden Grabungsbericht zu Magdebon von Harald Mexilk 1997 enthalten, die die bisherigen Datierungsansätze im Wesentlichen stützen. In den Jahren um und nach 2000 befassten sich mehrere Dissertationen und Magisterarbeiten mit frühmittelalterlichen Komplexen aus dem ELB-Sahle-Gebiet. Volker Herrmann konnte in seiner 2001 erschienenen Dissertation über die Entwicklung von Halle im frühen und hohen Mittelalter einige neue, auf den drochronologischen Datierungen beruhende Überlegungen für die Zeit ab ca. 1100 vorstellen, schloss sich jedoch für die älteren Horizonte eng an die bisherigen Datierungen an. Auch Daniela Lange konnte bei ihrer Bearbeitung der Funde aus den Siedlungen von Dielitsch, Lissa und Gläsien nördlich von Leipzig keine neuen Datierungen vorlegen. Präzise Datierungsansätze für die Zeit von etwa 930 bis um 1200 konnte Arne Schmidt-Herklaube einer Auswertung der Ausgrabungen auf der Burg Meißen gewinnen. Eine Neubearbeitung der Grabungen im nordwestlichen Innenstadtgebiet von Leipzig, darunter auch der Altgrabungen auf dem Mattei-Kirchhof, ergänzt durch die Ergebnisse der umfangreichen stadtarchäologischen Untersuchungen seit Beginn der 1990er Jahre erfolgte durch Stefan Koch. Neue Erkenntnisse lassen besonders die Ausgrabungen einer frühmittelalterlichen Siedlung auf dem Krostigall in Wurzen und der Burg in Stauchitz erwarten, bei der er sich wahrscheinlich um die 928-9undzwanzigstel zerstörte Upsgana, die zentrale Burganlage der Deilminzier, handelt. Für das Saaletal ist darüber hinaus die 2002 veröffentlichte Dissertation von Jakob Müller zur Entstehung mittelalterlicher Siedlungsformen in Thüringen von Bedeutung, in der das Gebiet zwischen der Gera und der Ilm betrachtet wird und die sich bei der Gliederung und Datierung des Kehramischen Fundgutes stark an. Die Bearbeitung durch Timpel anlehnt. Aus dem Orla-Gebiet liegt mit der Hallenser Magisterarbeit von Grithodder über eine Siedlung bei Ludwigshof Ortsteil von Rannes-Saale-Orla-Kreis. Aus dem 9., 10. bis 14. Jahrhundert eine erste ausführlich bearbeitete Siedlungsgrabung in Ostthüringen vor. 2006 wurden auch die Funde vom Johannesberg bei Jena Lobeda neu bearbeitet. Allgemeine Bemerkungen zur Chronologie und Terminologie Trotz einer inzwischen über 100-jährigen Beschäftigung mit slawischer Keramik im Il-B-Saale-Gebiet muss der Erkenntnisstand als unbefriedigend bezeichnet werden. Besonders negativ wirkt sich das Fehlen gut datierbarer Keramikkomplexe aus. Das bestehende Chronologiegerüst für Ostthüringen, Sachsen und das südliche Sachsen-Anhalt stützt sich im Wesentlichen auf nur vier bis fünf Keramikstratigraphien, die jedoch alle erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts einsetzen. Darüber hinaus ist in Mitteldeutschland zwar eine Vielzahl von slawischen Burganlagen bekannt und zum Teil auch untersucht, doch handelt es sich dabei fast ausschließlich um Lesefunde oder kleinflächige Sondagen in nur ein- oder zweifasigen Anlagen wie in Ujta, Kretschau-Geutschen oder Zauwitzweider oder, bei denen eine stratigraphische Trennung des Keramikmaterials nicht gelungen ist. Moderne archäologische Untersuchungen von Gräberfeldern, die auch nur wenig Keramik enthalten, oder von offenen Siedlungen sind dagegen noch eher selten. Die Keramikchronologie beruht im Wesentlichen auf den Untersuchungen durch Brachmann und Vogt, deren Ergebnisse zwar im Allgemeinen gut miteinander vergleichbar sind, sich jedoch im Detail und dabei besonders in der Terminologie unterscheiden, was bisweilen zu einer nicht unerheblichen Verwirrung führte, die von Brachmann 1968 als graue Keramik bezeichnete und seit 1978 zumeist unter Leipziger Gruppe zusammengefasste Keramik wurde von Vogt nach ihren Formen in drei Gruppen unterschieden, die er nach den Fundorten Rüssen, Röter und Groels benannte. Die Benennung nach dem Fundplatz Leipzig hielt Vogt für etwas unglücklich. Er die dort nun einmal stratigraphisch geschiedene Keramik der ABC-Horizonte zu einer Gruppe zusammenfasste, Brachmann und andere Bearbeiter, wie beispielsweise Timpel, übernahmen zwar die von Vogt vorgeschlagenen Bezeichnungen nach den eponymen Fundorten, hielten jedoch andererseits weiterhin an der Leipziger Gruppe fest. So entstanden die letztendlich eher verwirrenden und umständlichen Bezeichnungen Rösener Phase und Röthaler Typ der Leipziger Gruppe. Punkt. Thomas Westphalen untergliederte 1996 die Keramik der Leipziger Gruppe in frühslawische Keramik vom Rösener Typ des 8. und 9. Jahrhundert, Punkt. Seine Umdatierung für das Ende des Gruitzer Typs wurde jedoch kurz darauf von Iwe Hoffmann zurückgewiesen. Insgesamt ist das für eine Datierung der Keramik im IL-B-Sahle-Gebiet zur Verfügung stehende chronologische Gerüst relativ weitmaschig und spiegelt. Lediglich Entwicklungstendenzen wieder. Besonders für die Zeit zwischen dem 7., 8. und 10. Jahrhundert sind die Definition und zeitlichen Ansätze der Keramikhorizonte noch unklar. Keramik der Rösener Gruppe Als ältester Niederschlag slawischer Bevölkerung im IL-B-Sahle-Gebiet gilt neben der Keramik vom Prager Typ, die auf wenige Fundpunkte entlang der mittleren Elbe beschränkt ist, die Keramik der Rösener Gruppe. Typisch für die Rösener Gruppe sind hohe Standbodentöpfe mit eiförmigem oder leicht doppelkonischem Körper, die einen relativ tief liegenden Umbruch aufweisen. Daneben treten kleine kugelförmige oder leicht doppelkonische becherartige Gefäße mit Standfläche und einfache Schalen auf. Bei den Rändern dominieren glatte Ränder mit spitz ausgezogenem Randabschluss bzw. rundem Randabschluss. Nach der Definition von Vogt treten in der Rösener Gruppe aber ebenso schon kantige Ränder auf. Die Gefäße der Rösener Gruppe tragen meist zwei- oder mehrzügige, sinusförmige oder ungleichmäßige, flache und nur schwach eingedrückte Wellenbänder auf der Schulter. Selten sind Strich- und Stichverzierungen sowie Kombinationen von Stich- und Wellenverzierungen. Dagegen kommen vertikal angebrachte Strichgruppen häufiger vor. Mehrere der Stücke mit einzeiligen waagerechten, bogenförmigen und schrägen Ritzlinien und Wellenlinien können ebenfalls zu dieser Gruppe gezählt werden. Die Gefäße weisen im Allgemeinen eine unebene Oberfläche auf, deren Farbe zwischen rötlichen Ockertönen und kräftig grauen oder graubraunen Tönen schwenkt. Die Gefäße wurden im Handaufbau gefertigt und nicht nachgedreht. Zuweilen zeigen eingedrückte Steine in den oft sehr dicken Böden, dass sie bei der Herstellung direkt auf dem Erdboden standen. Namengebend für die Gruppe waren Lesefunde aus einem 1962 angelegten Graben am Eponymenfundort bei Bonner. Entsprechend unsicher sind Definition und Datierung der Keramik. Vogt datierte diese Gruppe anhand einer aus Rüssen ebenfalls nur als Lesefund vorliegenden Flasche der rheinischen Vorgebirgskeramik in das 7. 8. Jahrhundert. Ihren Beginn vermutete er bereits in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Da sich diese Keramik mit der des Prager Typs regional ausschießen würde und damit Zeitgleichheit angenommen werden könne, Dieser zeitliche Ansatz erscheint zu früh, denn die Keramik des Rüssener Typs ist mehrheitlich jünger als der Prager Typ, wie vor allem das Vorkommen in der zweiten Siedlungsphase von der Saumusikaut zeigt, die wohl in das 8. oder 9. Jahrhundert gehört. Brachmann schloss sich der Datierung Vogts ins 7. 8. Jahrhundert an. Slawische Keramik dieser Art trat oberhalb und im Umfeld des allslawischen Kastenbrunnens aus Eitra bei Leipzig auf, den die Bearbeiter Lothar Herr Klotz und Dieter Stuchli zunächst in die Jahrzehnte um 600 stellten und der nach 14. Datierungen in das 7. Jahrhundert datiert. Eine später vorgenommene dendrochronologische Datierung ergab jedoch ein alter 715 plus oder minus 10 nach Christus. Ein weiteres 14. Datum nach 680 plus oder minus 60 nach Christus aus Magdeborn bestätigte zumindest die erstgenannte Datierung. Die Datierung der Russener Gruppe in oder vor das 8. Jahrhundert konnte durch stratigraphische Beobachtungen auf dem Gräberfeld von Rundstedt in Thüringen bestätigt werden. Nach Timpel war diese Keramik demnach von der zweiten Hälfte des 7. bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts in Gebrauch. Biermann datierte die Keramik des Russener Typs nach kritischer Betrachtung der vier wesentlichen Befunde von Russen, der Saumosichkau, Mutschen und Eitra und aufgrund der Analogie zur Keramik des Klokawa Horizontes in Böhmen jedoch erst in das spätere 8. und 9. Jahrhundert. Neumann setzte die von ihm als morphologisch älter betrachtete Keramik vom Johannesberg bei Jena Lobeda aufgrund historischer Überlegungen in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts. Einige der dieser älteren Keramikgruppe zugerechneten Stücke sind wohl deutlich jünger als von ihm angenommen. So findet ein kleiner gedrungener Topf mit abgesetzter Standfläche eine Analogie in einem Gefäß mit ein zügiger Wellenlinie aus Grab 2 des Gräberfeldes von Rudolstadt-Volkstädt. Das Rempel aufgrund der Schmuckbestandteile, vor allem Kopfschmuckringe und Perlen, in die Zeit nach 900 n. Chr. stellte. Keramik der Röthaler Gruppe Hochschultrige, S-förmig profilierte Töpfe mit rundem Schulterumbruch und eingezogener Schulter sind sowohl typisch für die Röthaler als auch für die nachfolgende Röthaler Gruppe. Dies gilt auch für die doppelkonischen Töpfe mit gerader Schulter- und kantigem Schulterumbruch. Zu den Formen der Röthaler Gruppe kommen konische Schalen und Teller sowie breite Schüsseln mit großer Standfläche neu hinzu. In der Röthaler Gruppe treten nur noch selten spitz ausgezogene und runde Ränder auf. Am häufigsten vertreten sind glatte Ränder mit kantigem Randabschluss, leicht trapezförmig verdickte Ränder mit kantigem Randabschluss und trapezförmig verdickte Ränder mit kantigem überstrichenem Randabschluss. Insbesondere letztere Randformen treten ebenfalls noch in jüngeren Fundzusammenhängen auf. Bei einzelnen Randstücken, vor allem denen der letztgenannten Randform, ist eine genaue Zuordnung daher nicht möglich. Bei den Verzierungen dominieren weiterhin die Wellenbänder, die jedoch nun tiefer eingearbeitet sind, sich häufiger überschneiden und steiler erscheinen. Nach links überkippende Wellen treten aber nur vereinzelt auf. Neben Kammwellen wurden verschiedene geometrische Muster sowie Kammstrich- und Kammstichverzierungen verwendet. Die Farben des Scherbens und der Oberfläche sind zumeist grau, nur selten noch rötlich-braun oder braun. Die Gefäßoberfläche wirkt nicht mehr uneben, sondern glatt oder körnig. Auffällig sind erstmals auftretende Abstriche am Unterteil. Die Gefäße wurden überwiegend in Wulstechnik aufgebaut und auf der langsam drehenden Handtöpferscheibe bzw. dem Töpferbrett nachgedreht. Der Übergang von der Keramik der Rüssener zur Röthaler Gruppe fällt nach Vogt und Brachmann in die Mitte des 8. Jahrhunderts ist jedoch fließend, was unter anderem durch das gelegentliche Vorkommen von kantig abgestrichenen geraden Rindern im eponymen Fundort Rüssen belegt wird. Bisher noch nicht eindeutig geklärt werden konnte die Frage nach der absoluten Datierung der Röthaler Gruppe. Als hauptsächlichen Zeitraum ihres Auftretens gab Vogt das 8. und 9. Jahrhundert an, bemerkte aber gleichzeitig, dass Keramik dieser Form sicher auch noch mehrere Jahrzehnte länger produziert und benutzt wurde. Vogt stützte sich dabei insbesondere auf zwei Spuren von der namengebenden offenbar einphasigen Wallanlage, Fuchsberg in Röthal, die er ins 9. Jahrhundert datierte. Er verwies weiterhin auf eine Gürtelschnalle mit profiliertem Bügel aus dem Ringwall von Magdeborn, die nach Vogt parallelen Ausgräberfeldern des 7. und 8. Jahrhunderts besitzen soll. Nach der Ansicht Mexilx gehört sie aufgrund der Profilierung aber eher ins 10. Jahrhundert. Jedoch belegen eine Reihe von anderen Metallfunden, darunter ein Sporn aus der Mitte bis zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts, sowie ein 14. Datum um nach 880 plus oder minus 60 nach Christus aus Magdeborn das Vorkommen der Röthal-Gruppe zu dieser Zeit. Außerdem kann auf die Wallburg der Kessel von Kretschau-Greutschen beiseits verwiesen werden, die vor allem aufgrund der Metallfunde in das Ende des 8. bis an den Anfang des 10. Jahrhunderts datiert wird. Auch aus dem Burg Walchösetz bei Köthen höchstwahrscheinlich identisch mit dem für 839 belegten Vorort der Kolodizik stammt eben solche Keramik. Funde der Röthal-Gruppe liegen außerdem aus den Burganlagen Altengröz, dem Horizont B des Matheikechhofs Leipzig und dem Johannesberg bei Jena Lobeda sowie einer Vielzahl von weiteren Burgen zwischen Weißer Elster und Mulde vor.